Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu diesem neuen Video. Tippt wie immer gerne mit den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Es steht vor allem die erste Runde des DFB-Pokals an, aber ich habe auch das Supercup-Finale dabei. Die Timestamps findet ihr in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Reinschalten. Das sind jetzt die Spiele, die ich mir ausgesucht habe. Einige gingen einfach nicht, weil die Teams halt nicht bei EAFC dabei sind und manche Partien fand ich auch nicht so interessant. Nehmt es mir da nicht übel. Ich hoffe, diese Auswahl gefällt euch einigermaßen. Danke fürs Reinschalten. Los geht's mit Ulm gegen Bayern. Auf in den DFB-Pokal 2024-2025. Erste Runde Ulm gegen Bayern. Eines von vielen Spielen. Ulm, neu Zweitligist gegen den FC Bayern München, der in dieser Saison neu angreifen möchte. Sich in der Vorrunde unter Vincent Kompany mal mehr, mal weniger schwer getan hat. Hier gegen Ulm merkte man aber schon, dass Ulm im Wettkampfmodus schon ist. Bereits zwei Spieltage ja schon gespielt. Der FC Bayern München brauchte erstmal eine Weile und hatte die erste nennenswerte Chance auch gegen sich. Jetzt auf der anderen Seite Thomas Müller am Eckstoßpunkt. Serge Gnabry zieht in den Strafraum ein, wird nicht richtig angegangen. Als er dann zum Abschluss kommt, hat aber Krattenmacher doch die Füße dazwischen. Der anschließende Eckstoß von der anderen Seite. Wieder Gnabry. Die bekommt erneut zu wenig Druck. Legt zu Kim. Stani Sitsch dreht sich einmal, findet Tell, der nach 26 Minuten das 1-0 für die Bayern markiert. Dann hat es doch nicht lange gedauert, als der FC Bayern das erste Mal richtig hineingefunden hat. In diesen Freitagabend klingelt es direkt zum ersten Mal. Aber der SSV Ulm, der zeigte hier Gegenwehr. Nächste Chance und diesmal der Treffer. Chessa mit dem 1-1 in der 31. Minute. Das war nicht mal unverdient, trotzdem etwas überraschend, dass sie hier nach dem 0-1 nicht eingebrochen sind. Der FC Bayern aber nochmal vor dem Seidenwechsel. Musiala, Pavlovic, 2-1 FC Bayern. Das Ganze dann doch in Durchgang 1 noch wieder in die richtige Bahn aus Bayern-Sicht gelenkt. Doch man konnte dem SSV Ulm schon auf jeden Fall Respekt zollen. Das war ein wirklich guter erster Durchgang. Der FC Bayern wollte aber nichts mehr anbrennen lassen und rückte von Beginn an auf das nächste Tor. Und das 3-1 fiel dann auch in der 49. Minute. Serge Gnabry, diese Eckstöße, die verteidigte Ulm wirklich fahrlässig. Erneut ein Treffer nach ruhendem Ball. So wenige Minuten später. Ja, Musiala, Kimmich frei vor dem Kasten. 1-4. Jetzt war spätestens auch klar, wer in die nächste Runde einzieht. Das dürfte jetzt für Ulm eine unbezwingbare Hürde werden. Die Frage war, ließ sich jetzt der Gastgeber auch richtig abschießen. Bayern kam in Spiellaune und das kann dann böse enden. 59. Minute, Doppelpack, Joshua Kimmich, der hier per Flugkopfball trifft. Und mal gut in die Saison startet. Ulm musste dann aufpassen, dass es nicht richtig heftig werden würde. Dann hielten sie auch relativ lange durch, bis der nächste Gesten-Treffer fiel Müller in der 83. Minute dann mit dem 1-6. Dies bedeutete dann den Endstand. Vor allem in der ersten Halbzeit aber Ulm sehr gut dabei. Der FC Bayern München zeigte dann in Durchgang 2 aber, wer hier die Hosen anhat. Der FC Erzgebirge Aue würde gerne wieder in die oberen Gefilde reinrücken. Borussia Mönchengladbach, die haben die Aufgabe, eine schwache letzte Saison vergessen zu machen. Sie haben gut nachgerüstet, einige nennenswerte Spieler dazu geholt. Jetzt war man hier gegen Aue logischerweise Haushoher-Favorit. Dennoch, Aue spielt bereits seit zwei Spieltagen schon wieder. Und da sind sie nicht allzu schlecht gestartet in die dritte Liga. Aber nach 32 Minuten war es dann doch soweit. Borussia Mönchengladbach hielt den Druck durchgängig hoch und kam dann durch Julian Weigl zum 1-0. Männl aus kurzer Distanz ohne jede Abwehrchance. Stöger, einer der neun. Kleindienst, ein weiterer neuer. Honorar, den kennen wir schon. Stöger, Kleindienst! 0 zu 2. 42. Nochmal ein richtiger Stimmungsbreaker für den FC Erzgebirge so kurz vor dem Seitenwechsel. 0 zu 2 jetzt zur Pause wirkte schon ziemlich klar und deutlich die ganze Angelegenheit hier. Gladbach aber spielte gut. Seohane wohl mit den richtigen Ansätzen in der Sommerpause. Honorar mit dem 0 zu 3 in der 55. Minute. Und hier sah man auch, auch wenn es ein 0 zu 3 schon war, da versammelt sich die Mannschaft zum Jubeln. Die waren sehr glücklich und zufrieden. Ist ja immer tückisch. So eine erste Pokalrunde. Aber Borussia Mönchengladbach ließ hier wirklich keine Fragen offen. Stöger, Kleindienst, 0 zu 4. Der Doppelpack für den Neuzugang, auf den ja auch einige Hoffnungen ruhen. Konnte sich wirklich gut ansehen lassen, was die Fohlenelf hier auf den Platz zauberte. 20 Minuten noch etwa zu spielen. Hallennetz mit dem schwachen Fuß, aber perfekt auf Plea getreten. Diese Flanke, der läuft zum richtigen Zeitpunkt ein. Aue in der Defensive dann noch teilweise überfordert. Aber sie wurden auch wirklich eingeschnürt. Und dann kommen eben einige Fehler zustande. Da gar kein großer Vorwurf. In der 80. Minute dann sogar noch das 0 zu 6. Honorar machte das halbe Dutzend voll. Und besiegelte damit den Endstand. Am Ende war für Aue ganz klar nichts zu holen. Gladbach zeigte hingegen eine ansprechende Leistung. Arminia Bielefeld und Hannover 96 trennt aktuell eine Liga. Dritte gegen Zweite. Aber historisch gesehen durchaus ein freundschaftlich gesinntes Duell. Aber das ist in den 90 respektive 120 Minuten, die auf dem Platz hier geschehen, vollkommen irrelevant. Denn beide Mannschaften möchten in die nächste Runde. Hannover 96 mit der ersten Chance durch Rochelt, die Kersken aber parieren konnte. Beide Mannschaften auch ganz gut in die Liga gestartet. Bielefeld mit breiter Brust und Becker mit dem 1 zu 0. Bekommt er etwas zu viel Platz aus 15 Metern dann rechts rein. Für Zieler nichts zu halten. Die Bielefelder Alm soll wieder zum Mythos werden und das sah hier doch gar nicht schlecht aus. Kunze mit dem 2 zu 0. Weil Zieler nur zur Seite abwehren kann. Kunze staubt ab, stand nicht im Abseits und markiert das 2 zu 0. Hannover hatte also eine richtig große Aufgabe vor sich für Durchgang Nummer 2. Aber durchaus qualitativ in der Lage, das Ganze auch wenden zu können. Ein Gang kam. 2-1, 49. Minute. Das ging schnell und das ist wichtig für die Niedersachsen, die hier Postwenden zurück ins Spiel finden. Nach dem Seitenwechsel Rochelt extrem auffällig. Und dann ein Gang kam. Abschluss sicher. Doch die zweite Halbzeit plätscherte dann ein bisschen dahin, bis in die 74. Minute. Dem hier mal wieder eine Chance für Hannover hatte. Das ist eigentlich ein Schuss, der drin sein muss. Aber das war noch nicht gelungen. 85. Minute. Rochelt legt auf für ein Gang kam. Und der macht das 2 zu 2. Doppelpack vom Neuzugang. 85. Minute. Das Ergebnis egalisiert. 2 zu 2 war der Spielstand auch nach 90 Minuten. Und somit ging es dann in die Verlängerung. Ärgerlich für Bielefeld, aber sie haben im zweiten Durchgang tatsächlich zu wenig für die Offensive getan. Also ab in die Verlängerung. Saarrenren-Basee. Bei Hannover kein Unbekannter. Legt hier für Kunze auf. Diesmal Zieler auf dem Posten. Und sicherheitshalber zur Ecke. Kurz vor der erneuten Pause nochmal Hannover und ein Gang kam. Schnürt fast den Dreierpack in der 105. Minute. Da fehlte wirklich nicht viel. Lässt den über den Scheitel rutschen. Auch wenn man es hier nicht gut sieht. Das war wirklich knapp. Aber viel mehr ging dann auch nicht in der Verlängerung. Auch nicht in der zweiten Halbzeit. Und somit hieß es Elfmeterschießen. Das kann dann sowieso in die eine oder die andere Richtung umschlagen. Anspannung pur für beide. Bielefeld beginnt. Bujelab haut ihn rein. 1 zu 0 für die Arminia. Halzenberg für Hannover 96. Mit dem Ausgleich. Alles wieder offen. Sarin Basé gegen seinen Ex-Verein. Verlät Zieler. Bringt Bielefeld wieder in Führung. Dann Vogelsammer macht es ganz sicher. Oben rechts rein. Kersken bleibt in der Mitte stehen. Wörl gegen Zieler. Auch er behält die Nerven. Alle Spieler bislang sicher vom Punkten. Gang kam. Zweimal im Spiel getroffen. Und auch im Elfmeterschießen lässt er sich. nicht unterkriegen. Schreck. 4 zu 3. Es war für die Torhüter wirklich kein schönes Elfmeterschießen. Rochelt. 4 zu 4. Ausgleichtreffer. Also ging es ins Sudden Death. Jetzt muss man treffen. Ansonsten große Gefahr rauszufliegen. Großer mit dem 5 zu 4. Kersken gegen die ganze Hannoveraner-Fankurve. Und der sitzt nicht. Liefer schießt. Kersken ist der Held. Und bringt Bielefeld eine Runde weiter. Am Ende Pech für Hannover. Die Aufholjagd hat sich nicht ausgezahlt. Bielefeld ist eine Runde weiter. Der 1. FC Saarbrücken ist, was den DFB-Pokal angeht, in den vergangenen Jahren fast schon zur Legende geworden. Aber der erste FC Nürnberg hat etwas dagegen. Und hier ging es auch gar nicht schlecht los für die Gäste vom Klub. Robin Knoche in der vierten Minute mit der ersten Chance. Man hat sich auch Selbstvertrauen geholt beim Ligaerfolg beim 3 zu 1 gegen den FC Schalke 0-4. Da sollte dran angeknüpft werden, an diese Leistung. Und die in weiß gekleideten Gäste hatten hier auch wirklich alles erstmal in der Hand. Man sieht es ja, die Sonne scheint. Ein großer Faktor für Saarbrücken war immer ein, sagen wir mal, schwer zu bespielender Platz. Das war heute nicht wirklich der Fall. Nürnberg konnte sich hier gut nach vorne kombinieren. Aber bis dahin noch ohne Erfolg. 19. Minute. Der Ball hineingeluft und Okonuki setzt sich am ersten Pfosten durch. Da war es also das verdiente 1 zu 0. Eigentlich Okonuki in der schlechteren Position, setzt sich trotzdem durch und bringt Nürnberg in Führung. Jetzt kam der Stein ins Rollen. Yanda Okonuki trifft innerhalb von 5 Minuten zweimal, stellt auf 2 zu 0. Und der Weg für Saarbrücken wurde schwerer. Zur Pause dann auch dieses Resultat ging vollkommen in Ordnung, auch in der Höhe der 1. FC Nürnberg mit einer beeindruckenden Vorstellung. Dann auch mal Saarbrücken. Waseljadis. So ein Anschlusstreffer in der 50. Minute hätte diese Partie sicherlich nochmal beleben können. Setz sich dazu einfach durch. Der Ball dann knapp rechts vorbei. Dann fing sich Nürnberg aber wieder. Pick Schleimer im 16er. Legt quer Okonuki. Der Tag des Okonuki. 3 zu 0. Allesamt von ihm erzielt. Es war nun entschieden. Die Frage war, wie viele Tore würde Nürnberg noch machen. Eines auf jeden Fall. Robin Knoche in der 72. Sixten per Kopf, der ganz früh schon diese Kopfballchance hatte. Und diesmal den Ball besser platzieren kann. Unhaltbar ins Eck. Nachspielzeit gab es auch noch. Ein weiteres Mal. Die Elf von Miro Klose. Duman mit dem 0 zu 5. Brachte dann Saarbrücken doch eine recht herbe Pleite bei. Das war über weite Strecken nicht das Saarbrücken, das man aus dem Pokal zuletzt kannte. Nürnberg aber mit einem erneut positiven Auftritt. Ließen auch hinten sehr wenig anbrennen. Und somit ziehen sie vollkommen verdient in Runde 2 ein. Der FC Hansa Rostock gegen Hertha BSC. Ein Duell, das es durchaus in sich hat, was auch die Fanlager betrifft. Hertha in Rot wollte nichts anbrennen lassen. Und nach 5 Minuten ist auch schon das erste Tor gefallen. Karbovnik von Tabakovic bedient. Und das ist schwach verteidigt, muss man so sagen. Das ist kein guter Start in so ein Pokalspiel. Hansa Rostock nervös. Wirkte hier wirklich angespannt. Winkler scheitert aber ein Hagemoser, der gut pariert und das 0 zu 2 verhindert. Somit ging es in die Pause mit einem Zwischenstand von 0 zu 1. Also noch alles offen für Hansa Rostock. Auch im Durchgang 2. Doch es kam nach vorne leider sehr wenig. Gechter auf der anderen Seite mit der Chance zum 2 zu 0. Der Ball aber vorbei. Dreht sich vom Tor weg. So kann er nicht mehr den Weg ins Tor finden. Stunde jetzt knapp gespielt. Die Hertha hatte hier wirklich Spielfreude an den Tag gelegt. Scherhand 0 zu 2. 62. Minute. Verdient auch. Vor allem beruhigend für Christian Fjell an der Außenlinie, der vor allem mit der Chancenverwertung nicht sehr zufrieden sein konnte. Jetzt war es durchaus zufriedenstellender. Und das war es noch fehlte gegen den HSV. Die Chancen überhaupt herauszuspielen. Das war jetzt nicht mehr so. Sie hatten wirklich Chancen en masse. Die Spieldominanz eben auch in den 16er gebracht. Tabakowitsch schrammt am 0 zu 3 vorbei. Ab in die Schlussphase. Es kam nicht mehr das große Aufbäumen der Rostocker. Stattdessen Tabakowitsch nochmal. Winkler 0 zu 3. 87. Minute. Standesgemäß kommt die alte Dame. Eine Runde weiter hier beim auf dem Papier schwierigen Auswärtsspiel in Hansa Rostock, das am Ende aber tatsächlich durch die spielerische Dominanz gar nicht so kompliziert war. Guter Auftritt der Hertha und vollkommen verdient weiter. Dynamo Dresden gegen Fortuna Düsseldorf. Zwei Mannschaften, die in der jeweiligen Liga eigentlich eine Stufe hoch wollen. Dynamo Dresden möchte gerne in die zweite Fortuna Düsseldorf, logischerweise in die erste Bundesliga. Dynamo Dresden in Gelb, wie man es zu Hause kennt. Und wie man es zu Hause kennt, auch mit ordentlich Wucht im Strafraum. 1 zu 0 in der fünften Spielminute. Eiskalte Dusche für die Fortuna. Da standen sie gefühlt noch gar nicht richtig auf dem Feld. Da klingelte es bereits im eigenen Kasten. Ansonsten Düsseldorf ganz gut reingekommen in die Saison. Hatten hier dann mit Tanaka auch die passende Antwort parat. Bereits in der elften Minute das 1 zu 1. Ayo Tanaka bekommt da zu viel Platz aus der zweiten Reihe. Der ist dann aber auch sehr gut platziert. Mittlerweile die Halbstundenmarke geknackt. Nackt Düsseldorf wurde stärker. Rossmann schießt drauf. Schreiber aber ist zur Stelle. Wehrt den ab. Hält das 1 zu 1 fest. Das markierte gleichzeitig den Halbzeitstand. Der Sprung in die zweite Halbzeit. Dynamo Dresden weiterhin mutig. Zwar durchaus defensiv stehend, aber immer wieder mit Möglichkeiten. Hauptmann auf Heise. Der hat einen linken Strahl. Den packt er hier auch aus. Der Winkel dann etwas zu spitz. Trotzdem Kastenmeier hat da so seine Mühe, den rauszukratzen. Macht er dann aber doch souverän. Etwas weniger als 20 Minuten noch zu spielen. So Botka. Doch Schreiber hatte auch durchaus einen guten Tag hier vorzuweisen. Guter Schuss von So Botka. Und mit den Fingerspitzen Schreiber noch. Amba. Nachspielzeit. Düsseldorf kam nochmal. Wollte es nach 19 Minuten klären. Appelkamp im 1 gegen 1. Aber Schreiber hält. Schreiber hält. Und wird gefeiert von seinen Vordermännern. Und das zu Recht. In der letzten Sekunde. Dann hält er da den Oberschenkel rein. Bringt Dynamo Dresden in die Verlängerung. Aber Düsseldorf wirkte erstmal so, als hätten sie noch ein paar Körner mehr. So Botka. Johannesson. Ja, Stramski steckt durch zu Zimmermann. Und der mit dem 2 zu 1 in der 99. Minute. Unter dem Strich schon verdient. Düsseldorf schien den längeren Atem zu haben. Und in Durchgang 2 Dresden dann sehr risikoreich. In der Defensive logischerweise. Klaus. Gegen 1 scheitert er an Schreiber. Aber das wurde nicht mehr bestraft. Dresden liefert einen starken Kampf. Fliegt am Ende dann. Aber dennoch verdient raus. Gegen Fortuna Düsseldorf. Die hier sich schwer taten. Aber trotzdem diese schwere Hürde gemeistert haben. Das Duell 2er Eintrachten. Frankfurt zu Gast bei Braunschweig. Frankfurt logischerweise der Favorit. Und das sah man auch in der Anfangsphase. Gute Chance hier schon früh in der Partie. In der 8. Minute. Aber Grill im Kasten der Braunschweiger. Mit einer tollen Reaktion. Frankfurt blieb aber dran. Spielte sehr gut. Iki Tike mit Shaibi im Zusammenspiel. Mario Götze. Flachschuss aus 16 Metern. Und dann unten rein. 0 zu 1. Das Resultat. Da muss einfach ein Braunschweiger den Fuß reinkriegen. Aber das war ihm nicht gelungen. Trotzdem dann auch mal Braunschweig. Und jetzt aufpassen. Aufpassen! Dann was für ein Tor der Kategorie Kaktor. Philippe wird angeschossen. 42. Minute das Ganze. Also noch vor dem Seitenwechsel. Und dann wird er da angeschossen. Der tippt über Kevin Trapp hinein ins Tor. Das war so ein bisschen negativ gesehen aus Frankfurter Sicht. Logischerweise so ein unnötiges Gegentor. Aber nachdem sie sich dann geschüttelt haben, waren sie in der zweiten Halbzeit dann wieder dominant. Shaibi in der 69. Minute. Aber Grill mit einer tollen Parade. Der anschließende Eckstoß. Kurz ausgeführt. Mario Götze. Götze. Dina Ibimbe. Schkiri. Tutor. Braunschweig kommt einfach nicht ran. Schkiri. Schießt aus der Drehung. Erneut. Grill. Zur Stelle. Doch Frankfurt schnürte Braunschweig hinten ein. Shaibi. Schkiri. Auf Iki-Tiki. Und in der 86. Minute. Waren die Braunschweiger dann doch zum zweiten Mal gebrochen. An diesem Spieltag. Am Ende war auch Frankfurt die bessere, die deutlich bessere Mannschaft. Braunschweig hielt gut dagegen. Aber fliegt dennoch aus dem Turnier. Statt DFB-Pokal heißt es für diese beiden Mannschaften Supercup. Das haben die so normalerweise nicht auf dem Schirm. Da treffen meistens andere Mannschaften aufeinander. Dann aber der Meister gegen den Vizemeister. Das heißt eben Leverkusen gegen Stuttgart. Leverkusen in den schwarzen Trikots mit der besseren Anfangsphase. Boniface auf Grimaldo. Der legt zurück. Boniface. Nübel. Mittelstädt. Was ist das für eine Szene? Der Ball bleibt heiß. Boniface wird. Hofmann kommt nicht durch. Grimaldo hat das Auge für Arthur. Nübel. Oh Mann. Oh Mann. Nochmal in der Wiederholung. Erstmal diese Parade von Nübel. Dann hat Mittelstädt da eine spezielle Idee. Nübel haut seinen eigenen Mann um. Wahnsinn. 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 Dann Grimaldo nochmal. Arthur. Aber der Ball. Er wollte nicht rein. Vor allem auch, weil Nübel gut aufpasste. Stuttgart tat sich schwer. War ja in der vergangenen Saison tatsächlich so kurz davor, wie keine andere Leverkusen zu schlagen. Also vor allem auch in der Häufigkeit in Hin- und Rückspiel und im Pokal darf man nicht vergessen. Hier dann Silas Mahl mit dem Abschluss. Aber ein Meter am Tor vorbei. Doch Leverkusen zeigte, dass sie verwundbar sind. Leveling. Gut durchgesteckt. Demirovic kommt nicht durch. Führe ich nochmal zu Leveling und Radetzki. mit der Parade. Und einen hatte Stuttgart noch. Der anschließende Eckball. Stiller bringt den rein. Und Karazor. Der neue Käpt'n. Doch wieder Radetzki, der hier glänzend pariert. Und Leverkusen, das bis dahin dann doch schmeichelhafte 0 zu 0 festhalten konnte. Der zweite Durchgang war dann zäh. Leverkusen sehr defensiv eingestellt. Stuttgart mutig, aber nicht mit den entscheidenden Chancen. Dann Boniface auf Wirtz. Der läuft und läuft und trifft. 1 zu 0, 58. Minute. Das war jetzt nicht zwangsläufig verdient, aber eben gut gespielt. Stuttgart läuft dann hinterher und fängt sich diesen Treffer. Und davon konnten sie sich auch im Endeffekt nicht mehr erholen. Sie waren zwar durchaus drin im Spiel, aber Chancen gab es nicht mehr, die man hätte nennen müssen. Und Leverkusen sichert sich den Supercup im Duell Meister gegen Vizemeister. Das ist mal ein positiver Saisonstart. Jo, da seht ihr einmal die Ergebnisse im Überblick. Glaubt ihr auch, Leverkusen macht das Ding oder gewinnt Stuttgart? Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen, auch wenn euer Verein jetzt hier vielleicht nicht dabei war oder nicht gewonnen hat. Vielen Dank fürs Reinschalten. Nächste Woche geht's los mit der Bundesliga. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal, haut rein und adios.